Hallo zusammen, Ritzhocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Affentheater anzunehmen bei BAM Megabombe auf den verlorenen Inseln an dieser Stelle. Vor Quest war Rettungskapseln der Goblins und wir haben jetzt auch ein Questleiter mitbekommen Nitro-Kalium-Bananen. Die kann man sich auch in die Leisten ziehen. Wir befinden uns schon mitten im Questgebiet. Und dann darf man diese Appen anklicken und das Quest-Item benutzen. Zack! Man kann das Quest-Item auch von hier rechts oben benutzen oder direkt aus dem Inventar. Das ist total egal. Affen anklicken, Banane benutzen. Schau mal, wenn ich in der Nähe bin, muss ich den Affen wirklich anklicken? Ja! Man muss ihn anklicken. Gehen jetzt schon bei 6 von 10. Hier ist Questgebiet Ende. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, man kann das Ganze von einem Mount aus machen. Also man muss nicht zu Fuß unterwegs sein. Einfach durchgruseln. Affen anklicken, Banane benutzen. Und ich bin bei 10 von 10. Jetzt verfolge ich so ein Raptor Junge. Aber ich glaube, der ist jetzt zurück. Jawohl. Quest ist fertig. Quest ist abzugeben bei BAM Megabombe. Auf den verlorenen Inseln. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!